Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist Nikolaustag und da dachte ich mir, passend zum Thema ist mein Anfieh ein Rentier geworden und ich habe mich als Nikolaus verkleidet und ich möchte heute die Folge mal kurz halten und euch ein kleines Gedicht vorlesen. Knecht Ruprecht Von draus von Walde komme ich her, ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. All über all auf den Tannenspitzen sah ich goldene Lichtlein sitzen und droben aus dem Himmelstor sah mit großen Augen das Christkind hervor. Und wie ich so streucht durch den finstern Tann, da rief's mich mit heller Stimme an. Knecht Ruprecht, rief es, alter Gesell, hebe die Beine und spute dich schnell. Die Kerzen fangen zu brennen an, das Himmelstor ist aufgetan. Alt und Junge sollen nun von der Jagd des Lebens einmal ruhen. Und morgen fliege ich hinab zur Erden, denn es soll wieder Weihnachten werden. Ich sprach, O lieber Herr Christ, meine Reise fast zu Ende ist. Ich soll nur noch in diese Stadt, wo's eitel gute Kinder hat. Hast denn das Säcklein auch bei dir? Ich sprach, das Säcklein, das ist hier. Denn Äpfel, Nuss und Mandelkern essen fromme Kinder gern. Hast denn die Rute auch bei dir? Ich sprach, die Rute, die ist hier. Doch für die Kinder nur die schlechten, die trifft es auf den Teil den Rechten. Christkindlein sprach, so ist es recht, so geh mit Gott, mein treuer Knecht. Von draus vom Walde komm ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Nun sprecht, wie ich's hierinnen find. Sind's gute Kind? Sind's böse Kind? Ja, ich hoffe, euch hat dieses Gedicht gefallen. Ich mag solche alten Gedichte. Sie erinnern mich an meine Kindheit, in der ich solche Gedichte auch noch auswendig lernen musste. Ich habe mir gedacht, der Rahmen hier im Stall bei meinen Pferdchen ist der schönste Ort dafür. Und ich hoffe, euch hat das gefallen. Ich wünsche euch ein schönes Nikolausfest, eine schöne, besinnliche Zeit mit euren Familien, euren Liebsten. Bleibt gesund und munter. Bis zum nächsten Mal. Eure Dani. Ho, ho, ho. Ho, ho.